und freunde heute im test für euch die neue 2008 2019 extremst geil freunde 25 kaliber kann sich sehen lassen 21 schuss 30 sekunden und die sprache ist von cyborg freunde neuheit beim lidl freunde 25er kliber habe ich schon erwähnt ich weiß freunde design wie gesagt lidl hat den dreh raus bunt das spricht die leute an freunde mit schönen bildern darauf das gefällt den leuten wer guckt sich sowas nicht gerne an wir haben hier 227 gramm neem freunde habe sie ein stück größer vorgestellt muss ich sogar versagen hat den schönen fächer hier also wird dann auch fächerisch geschossen sage ich jetzt mal 40 meter effekthöhe und ich bin wirklich sehr gespannt im video kam sie wirklich darüber vor ich werde jetzt sagen jetzt gibt es für euch den test die cyborg vom lidl so freunde wiko cyborg jetzt für euch freunde ich bin sehr gespannt wie 11 euro vorne ist ganz ok